In den belgischen Ardennen fand ein gemischtes Bootsrennen über 29 Kilometer statt, an dem sich Paddler und Kanufahrer beteiligten. Sport und Naturgenuss vereinigen sich bei dieser romantischen Langstreckenfahrt. Die Strecke führt teils durch stille Wasser, teils durch Stromschnellen, was nicht jedem bekam. Siege blieb der Brüsseler Kajakclub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017